So, jetzt renne ich einmal wieder zurück. Nein, ich renne nicht zurück. Kann ich jetzt da nicht mehr raus? Was das Spiel Nein gesagt hat? Das klingt genauso, wie es gewollt ist. Zuerst haben wir einen lachenden Husten umgeschlagen. Ja, ja. Oh Gott. Oh Gott. Das resette ich. Ich habe nicht gespeichert. Na, ist egal. Das Level ist ja nicht so lang. Nee. Weil die zwei Dinos machen mir gerade hart zu schaffen. Ich verstehe bloß nicht, warum in einem Inventar der Hintergrund schwarz ist. Ich auch nicht. Ich meine, auf dem PC ist es so. Das ist nur für Playstation. Nee, auf dem PC ist es auch. Nee, PC ist es nicht so. Nee, auf dem Playstation auch nicht. In keinem Teil ist es einfach schwarz. Bugtechnisch, ja. Bugtechnisch auf jeden Fall. Wollen wir nicht speichern. Mhm. So, was brauchen wir hier? Drei Secrets, acht Collectibles. Genau. Also, ein Secret weiß ich ja auf jeden Fall. Ich auch. Das am Level Ende. Das ist klaus, ne? Ja. Bei den anderen beiden? Nee. Und ich weiß eine Errungenschaft, wo man hier sammeln kann. Die Mumie abschießen. Apropos. Die zweite Mumie. Wo haben wir die jetzt übersehen? Ja, eine ist noch hier. In dem Level. Okay. Oh Gott, war das nicht die Geschichte mit den Affen hier? Affen? Irgendwas habe ich da in Erinnerung. Welche Affen? Keine Ahnung. War das nicht hier? Vielleicht war es auch später. Wofür habe ich jetzt Rest in Peace gekriegt? Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich bin noch klein, lieb und unschuldig. Nee, du. Aber du oder was? Ich schon. Ja. Klein vielleicht, aber weder lieb noch unschuldig. Ja, ich bin lieb. Manchmal sogar ein bisschen zu lieb. Das stimmt allerdings. Wow, ich habe das letzte Tor aufgemacht. Wow. Wieso glaube ich, dass ich gleich sterben werde? Habe ich schon gespeichert? In diesem Level? Habe ich gerade. Ja gut, dann habe ich ja nichts verpasst. Ah. So. Es ist 19.33 Uhr. Hier kommen die Nachrichten. Zeit für die Nachrichten, ja. Die Nummer habe ich in Toubrea 3 gebracht. Es ist 22.30 Uhr. Zeit für die Nachrichten, ne? Rammelt das Medi-Pack auf. Meinen die Götzenfigur? So, ich starte sie mal an. Aber es passiert nichts. Hallo, du Otto. Soll ich dir einen blasen? Äh. Schöner Stein-Fallus. Ne, also danach wissen wir auf jeden Fall eins. Die Toubrea-Teile, wenn wir wirklich bei allen, alle Collective-Bits mitmachen wollen, äh, wir kennen sie danach in- und auswendig. Oh, ja. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Warum nicht? Das denke ich jetzt nicht. Ich werde von Wölfen gerammelt. So, jetzt war ich da, 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 dann fehlt. Halt. Fehlt mir jetzt noch das hier. Aber wo sollen dann hier Secrets sein? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also eins ist draußen. Ja. Und ich glaube, eins weiß ich auch noch. Bei diesem Spike-Raum gibt es noch so ein extra Ding, was du machen musst, wo das zweite ist. Aber wo das dritte ist, da bin ich leicht überfragt. Ah, hier liegt schon mal Medikit. Und wir kriegen eine wunderschöne Kameradenansicht auf Laras BH. Warte mal, drei Secrets und... Also ich habe schon... Zwei Collectibles. Und nur Secrets. Ich habe ein Collectible. Zwei Collectibles, okay, entschuldige. Ich glaube, da, wo sogar die Mumie ist, da ist, glaube ich, sogar ein... Secret. Ein Sandwich? Secret. Ne, Mogi, nein, ist hier nichts, okay. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt habe ich auch... Und was? Blümchen. Blümchen? Mhm. Der Blümchen. Kennst Blümchen nicht? Alter, Bildungslücke. Das kennst du bestimmt. Das kannst du nur gar nicht zuordnen. Soll schon sein. So. Oh Gott, ich lebe noch. Oh scheiße, ich lebe noch. Du da, du da. Hey. Ah, hier ist der Ausgang. Geht auch nicht auf, schade. Heute haben wir sie alle durch. Heute nehmen wir sie alle durch. So, hier fehlt mir noch der. Ich habe das Level auch so... Hat es relativ kurz in Erinnerung. Ich meine, ist es hier auch, aber wo sollen hier noch Secrets sein? Ah ja. Hier ist der besagte Raum, den ich meinte, glaube ich. So, ich gehe erstmal so runter. Erstmal glaube ich, dass hier irgendwie noch Wölfe oder sowas sind. Ne, da ist nix. Bist du dauerkommst? Ich bin jetzt so hart am Konzentrieren, ja. Mhm. So, da müssen wir später hin. Bist du dir sicher, dass hier nix ist? Sieht aber irgendwie gerade nix aus, wenn hier nix nix ist. So, Errungenschaft. Ja, hier ist auf jeden Fall nix. Mhm. Mhm. Okay. Ach. Alles klar. Erinnerung ist wieder da. Ja, ja, das ist der, der, der elegante Weg, den man später braucht, wenn man sich jetzt so denkt, sonst komme ich ja nicht weiter. Stimmt. Boah, beim Ausgang, du Wichser, alter. Ihr Wichser. Und Sie Wichser, wenn ich bitten darf. Wo soll denn dann das, das war, oh Gott. Kann nicht sein. Das, das. Eins ist draußen, beim Wasserfall. Mhm. Oh, da kann man hintergehen. Sieht da was? Nein, nämlich so. Aus, rechts, irgendwie. Nein, ist da auch nicht Pling gemacht. Geht das schon wieder los. Geht das schon wieder los. Geht das schon wieder los. Oh. Ich glaube da nicht, ob jeden Fall noch einiges. Oh. Das ist gut. Ich speicher aber jetzt hier trotzdem neu. Ach so. Wait. Gut, da komme ich vielleicht per Schrägsprung noch ran. Ist aber scheiße. Habe wieder verstanden, wie das Konzept hier funktioniert. Okay, 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 okay. Ganz unruhig. Bumm. Jetzt fährt der nämlich da wieder hin. Dann kletter ich den ganzen Weg hier nochmal wieder hoch. Ich muss noch sagen, ich habe den Einser auch nie so gesuchtet wie die anderen nachher, ne? Nicht? Nee. Also ich habe den Einser hin und wieder mal durchgespielt, aber so richtig gesuchtet und so habe ich ihn eigentlich nie. Weil deswegen habe ich mich besonders auf den Einser gefreut, weil ich den halt wirklich am wenigsten von den dreien kenne. Ja, okay, du brenn drei auch nicht wirklich. Erdenschaften freigeschaltet. Ach, wie cool der Daumen ausschaut. Ski-Hon-Raum? Hm. Aber du hast doch bestimmt noch nicht alle Secrets, oder? Vier. Oh Gott, mir fehlen noch viele Fundstücke. Ja. Also ein Geheimnis weiß ich, wo noch ist. Aber mir fehlen halt noch vier Sachen, ne? Ja. Bin ich wieder hier, oder? Was bringt mir das jetzt? Hä? Ist das hoch, oder was? Wenn ich dich jetzt aufsammle, dann ziehst du als Collectable. Hä? Ha! Oh. Oh. Genau. finder ist in peru ja so und hier sind genau zwei heißt eine sache fehlt wieder mobbing ohne scheiß ja es grenzt hier richtig am mobbing lassen du musst dich kurz mal gedulden ich muss noch mal kurz qualpex grab auskundschaften ich habe auf jeden fall glaube ich den raum gelöst ich habe halt noch gar nichts alter ich habe null von drei secrets und bin jetzt aber auch schon beim skion gut also irgendwie habe ich in diesem raum wieso laufe ich immer den langen weg weil es keinen kurzen gibt gerade wo gibt es keinen kurzen weg warte mal bin ich jetzt bescheuert hier gibt es nichts mehr ah hier ist die letzte mumie perfekt mögen sie und nun patscher ruhen ok das letzte tor geht auf ich habe halt nach wie vor nichts gefunden ich habe noch nicht einen secret kicks bin ich einfach nur blind oder aber die können nicht alle jetzt erst kommen ich habe alle drei römer auf also secrets kommen jetzt erst ja aber ich habe auch zwei collector builds das könnte kommen also ich bin auf der suche nach einem noch und ich würde sagen ich speichere das einfach erst mal aber in dem raum jetzt mit denen mit dem ding das ist nichts gefunden auch keine collective ist nein nichts habe ich wieder ein secret in irgendeinem secret wieder etwas übersehen da ist kein sein und nicht mehr hin ist das zu bei dir dass ich davor gespeichert habe ich habe gott sei dank auch noch gespeichert gehabt hier liegt ja einfach gar nichts also hier hätte ich überall was versteckt wenn man hier schon hintergehen kann oder wie siehst du das also nicht überall aber ich hätte auf jeden fall was versteckt doch da wo du bei ihm ruf springen wolltest das ist wie viel hast das netz zwei sachen drin wie viele hast du dann zwei sagen ich habe nur eins aufgehoben unten drunter unten drunter von der plattform ist noch eins komme ich dahin den den sprung wo ich letztens gesagt habe also mit dem gott wie habe ich den vorhin genannt last chance griff wo sich um die ecke so rum backt das kann ich gemacht das kann nicht sein aber so habe ich gemacht bleibt bleiben falsch den hast recht keks das ist die tatsch klar rose rufst eukalyptus ich habe da was rausgefunden guck mal brauchst kein last chance griff muss nur richtig fallen es gibt eine ecke die dir keinen schaden zufügt mir fehlt immer noch ein gegenstuhl wo wird dieser nur sein ach gott lara du bist so blöd das denk ich von mir selbst auch so weit kann es doch nicht sein was das was los gerade gesagt hat ich finde nicht merkt mal dass ich ein bisschen verrückt werde gerade sie muss immer manchmal diesen machen dass sie erstmal scheißen muss bevor sie weiter springt frag dich was ich hier mache es gibt einen triumph wo man alle zerbrechbaren platten ja ja irgendwie so das hat mich getötet also du kannst dich wirklich auf der letzten millimeter ritze ablassen dann so damit haben wir dann vier von acht collectibles und zwei von drei secrets wie viele sachen collectibles hat das letzte secret zwei also habe ich dann sechs also fehlen mir noch zwei eins ist der skion eins ist der skion dann fehlt mir auch genau deins würde ich mal so behaupten richtig richtig also sind wir wieder am selben punkt angekommen na gut a few moments later ja es werden nicht nur a few moments tom es werden nicht nur a few moments es werden noch viele mehrere momente werden es werden viele wunderschöne momente voller weinen traurigkeit und wir sind seit drei stunden am streamen und und du wolltest in sechs stunden das spiel abschließen ne ich habe gesagt es gibt ein achievement dafür aber das wird es nicht schaffen werden es wird selbst wenn wir gut wenn wir das in auswendig kennen jedes level ist es machbar aber es ist dann schon nicht ohne auch sechs stunden für das spiel selbst mit durchrushen wird schon übel und ich habe verdammt wenig leben deswegen werde ich mal speichern 11 mal gespeichert ist das gut oder ist das schlecht ähm ich muss mir echt nochmal so ein soundboard oder sowas besorgen echt für genau sowas aber ich habe und ich habe mein mein stream dafür aber ich habe es leider nicht eingedichtet also nicht ganz eingedichtet ach keks keks ich hätte keine zeit mehr ja ich weiß so dann gucken wir uns hier jetzt erstmal ganz genau um bevor wir das bitte rose gern geschehen du sollst doch auch was schönes haben zum einschlafen was du mitsummen kannst in dem raum ist halt auch echt jetzt aber wo haben wir jetzt schon wieder was übersehen ich möchte mich jetzt nicht weit aus dem fenster lehnen aber ich wette mit dir in irgendeinen raum würde ich mal so behaupten bist denn da drauf jetzt gekommen das war einfach mal so ein moment wo ich mir wo ich mal nachgedacht habe wenn ich jetzt den skion nehme dann ist das level beendet ne ja jetzt ziehst du nicht mehr hin beziehungsweise dann komme ich nicht mehr zurück sagen wir mal so ja das ist gut dann wieder tier 1 modus mir fehlt jetzt ein secret und ein collectible ja oder zählt die schrupfeln von lassen am ende noch mit kann ich mir nicht vorstellen eigentlich auch nicht weil wir sie ja auch schon haben so hier in dem raum habe ich alles abgesucht ich habe echt wenig leben also in diesem leben in diesem leben bin ich echt verschwindet aus meinem leben gegangen in diesem leben so gut dann sind wir jetzt wieder gleich auf ja und die grinderei geht wieder los wir haben es so gewollt kam von hier ein stein kann sein ne mhm hast du nicht ausgelöst doch ich habe nur überlegt ob da was ist irgendwie wie so ein kriechgang oder sowas weißt du achso ja gut wir können aber nicht kriechen ja du weißt was ich mein ne dinge 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 also hier in dem ich glaube ich weiß nicht wo wir was übersehen haben ich glaube hier war irgendwo noch so ein komischer schiebeblock hier in dem raum sicher ich weiß es nicht ich kann es dir gerade nicht beantworten aber ich bilde mir ein ja warte mal wenn ich den jetzt so ach kriegt den hier ja nicht im guten raus richtig mhm unten bei den stacheln ist auch nischt dem kann ich auch nix machen irgendwie bilde ich mir ein dass dahinter irgendwas ist warte mal stopp mal wir machen mal trick 12 oder trick 13 es muss auf jeden fall medipack seien die sich gerade ich habe jetzt mal gelesen wie viele sachen es in diesem level gibt acht acht zahlen ne und die guck dir mal bitte die neue steuerung an wow es ist ja es ist ja schlimmer als aber wo was liegt wüsste ich jetzt nicht gib mir die alte steuerung bitte bevor ich hier laras knutschmund weiter betrachten muss ist immer noch die beste steuerung die alte ja ich verstehe menschen nicht die sagen dass die steuerung beschissen wäre aber ich kann jetzt warte mal ich kann jetzt den hier zurückziehen vielleicht bringt mir das was ich habe nämlich medipack in erinnerung aber frag mich nicht wo ich kann mir jetzt nur an den anderen raum erinnern nämlich den hier wo auch noch was mit schieben zu tun hatte richtig der der götze lag auch nichts nach wäre zu sagen aber sie machen sich bis jetzt ganz gut nehme ich hier guck mal oder ach das medipack glaube ich welches medipack hier unten was da unten in die schlag ja ja Mal ganz kurz. Ja genau, hier bin ich ja gerade, glaube ich. Ja. Ich bin in meinem Dateien gerade. Schon wieder am Ende. Vielleicht liegt hier doch noch was. Aber so gut wie das Medipack versteckt ist, müsste das ein Secret sein. Eigentlich. Dass das einfach nur ein Collectible ist. Es gibt nur ein Medipack, was ein Secret versteckt ist und was ein Gedrus ist. Ja, aber ich habe da irgendwas in Erinnerung auf jeden Fall. Ja. Hier wird ja denke ich mal nichts sein. Wo mag ich den Stacheln? Also ich bin halt eben wirklich am suchen und am überlegen, wo... Ja, ich auch. ...das Ding sein könnte. Ja, ich sehe es ja, aber... Wo könnte denn das scheiß Medipack sein? Wir haben es so gewollt. Wenn wir auch erinnern, dass hier über den Dingern was war, weiß ich auch nicht. Oder war das, wenn du rausgehst, irgendeine komische Tür? ...die noch öffnet. Nee, eigentlich nicht. Es fehlt immer eine Sache, das gibt es doch nicht. Abs Nein. 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 In übrigens warte mal mal ich habe jetzt wirklich ich bin jetzt in mich gegangen habe überlegt ja was wenn es gar nicht ein qualopäcks grab ist was wenn wir wirklich alles haben wir können immer noch ins verlorene teil rennen bis zu einem gewissen punkt vielleicht ist es da platziert da zum beispiel der grube da wo die wölfe waren weißt du ich mein musst du aber verdammt vier leben übrig haben sprich ich könnte das level neu starten bei mir weil gegen lassen muss lassen ja sowieso noch gehen ich glaube das level noch mal neu starten da muss jeder schuss sitzen bei lassen ich schaue jetzt erst mal vielleicht bin ich mit meiner theorie auch ganz falsch wir haben eine sehr wilde theorie wir haben eine berechtigte holen wir uns erstmal das secret stock spielt sie auf sie es alles klar nett weil ich jetzt aber noch ist es ist eigentlich egal ich gucke mich hier mal um ob irgendwelche räume offen sind ja lassen teilt aus das mehr ich muss Valter Wim Tröge ich die Cutscene automatisch? Wenn du ihn killst? Ich glaube ja. Von mir ist er noch gar nicht da. Laden. 7 von 8, 3 von 3. Was war das? Ach, Qualopack abgeschlossen. Ja. Dann bringe ich ihn jetzt vom Leben her... Äh? Ah, okay. Sehr weit runter und dann... Probier ich es nochmal irgendwie. Da überhaupt irgendwie hinzukommen. Mhm. 4 Saves von Qualopack ist klar. Okay. Irgendwie rauskommt. Okay. Finde alle Geheimnisse in Peru. Mh, 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 mh. Hast du es auch bekommen? Die Erdungenschaft? Sind alle Geheimnisse in Peru, ja. Da liegt ein Medipack. Oh. Ohne Scheiß, da liegt ein Medipack. Passt, Alter. Ich habe noch alles Saves. Ich habe mir nichts verbaut. Kann sonst auch das Level neu spielen. Jetzt ist er da. Das Problem ist jetzt, ich muss ihn soweit so dauern... Weil er wird mich ja abfeuern, denke ich mal. Aha. Wie weit runter kann ich ihn nehmen? Mh, ein bisschen mehr als die Hälfte. Also so. Und dann am... Genau. Und dann am besten... Rechts. Ganz, ganz weit rechts am Rand. Rausklettern. Nach dem Rausklettern... Viel rumspringen. Dann trifft ihr dich nicht. So. Alle wegklappt, da ist ein Stein. Acht von acht von Stücke. So, hol ich das Medikit jetzt? Ähm, da hochklettern und dann hast du es eigentlich schon. Oh Gott, sind die bescheuert. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Ich auch nicht. Jetzt muss ich Lars nur noch tot kriegen. Hab ich das Secret schon? Ja, ne? Ja. Und dann sind wir in Griechenland. Und es ist 20.15 Uhr. Primetime. Warte mal. Ich hab' das geschafft. Ich hab' das dämliche Stück vom Sion. Ja. Wenn es unbedingt behalten willst... Aber ein Safe verschwendet. Ich hab' jetzt irgendwie 12 Saves oder so weg. Hm. Ist für Peru nicht schlecht, glaube ich. Hm, hm. Ist nicht schlecht. Ich speichere, wenn ich jetzt Casual spielen würde, mehr. Speichere ich an jeder Ecke. Gerade wenn wir mit Challenge spielen. Dann sowieso. Dann sowieso. Du, wenn ich da... Hm. Aber... Wenn man jetzt zum Beispiel das nicht schaffen würde, dann kann das ja in dem nächsten Runner nochmal probieren. Beim neues Spiel Plus gibt es Speicher... Kann man die Speicherkristalle, glaube ich, aktivieren. Und dann speichere ich halt wieder auf PS1. Was? Mit festen Positionen. Wir dürfen dann wieder mit normalen Waffen spielen. Richtig. Ähm. Und so weiter. Da haben wir es auch wieder einfacher drauf. Ich hab' noch nie 30 Minuten für Cut-Packs gerade gebraucht. Noch nie. Weg. Oh. Oh, ah. Also unendlich.